Mein Name ist Mario Vogt und ich möchte Ihr Ministerpräsident werden. Ich bin einer von 2,2 Millionen Thüringer. Thüringer, die ihre Heimat lieben. Hier in Thüringen wurde ich geboren und hier will ich alt werden. Denn für mich persönlich ist Thüringen das schönste aller Bundesländer. Wenn ich im Land unterwegs bin, spüre ich, dass die Thüringer viel stärker sind als ihre Regierung. Die sagen mir das auch. Herr Vogt, es muss sich etwas ändern. Die nächsten Jahre werden darüber entscheiden. Sie werden entscheiden, in welchem Land wir leben. Ziehen wir fleißige Menschen an oder vertreiben wir sie aus dem Land? Ich will, dass Thüringen funktioniert, sich Leistung wieder lohnt, das Leben der Menschen wieder einfacher wird. Für Familien und Rentner auf dem Dorf und in der Stadt. Handwerker und Hochschulabsolvent, Feuerwehrmann und Sportbegeisterte. Und genau dafür braucht Thüringen eine neue Regierung. Ich sage, was ich denke und ich tue, was ich sage. Darauf können Sie sich verlassen. Bringen wir Thüringen wieder nach vorne. Nicht nach links, nicht nach rechts, sondern nach vorne. Dafür bitte ich um Ihr Vertrauen. Wählen Sie ein gutes Thüringen. Wie wird es mit diesem Schnellen? Untertitelung des ZDF, 2020